5 Stacks sogar Das ist einiges Das ist einiges So Und ich hab dazu noch Brauchst du Glowstone? Weil ich hab jetzt einen ganzen Stack erfarmt An einer einzigen Quelle Wiederhole an einer einzigen Quelle So ich komm jetzt zu dir Tue aber noch schnell mein ganzes andere Ressige Zeug wegräumen Gut ich komme Party hart So mal gucken Hallo Welt ich bin wieder in der Oberwelt Server laggt Ja ich hab den Ich bin grad runter gehüpft und Ja Also jetzt bin es offiziell nicht mehr ich Ne auf keinen Fall Der Server hängt einfach Und was ist das jetzt? Ähm Automatische Ahja Abwerfmaschine Aha Upsi Dorthin Ich hab sie jetzt halt nicht in schön gebaut ne? Das war mir jetzt nicht wichtig Ja ja So hoch komm Ähm kommst du jetzt eigentlich hoch? Ja ich muss doch hier was connecten Ne ich mein da hoch Zur Insel Boah alter der Server kommt glaub ich nicht mit Redstone klar Wie viel Gigabyte hat der Scheiß ist denn nochmal Also kann ich jetzt da hochschwimmen ohne Probleme oder bin ich dann tot? Sechs Du kannst hochschwimmen ist nix drinne Okay Weil weh ich sterb jetzt Ich hab drei Level Ich bin sehr viel lustig wie Oh 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 Und nach In die Mitte Des Wasserflusses lecken Was vergessen Sieht halt echtlich hübsch aus ne? Was denn Die automatische Maschine oder? Ja ähm Question of today Wo ist deine Glücksspitzhacke oder ist die in der Chest? In der Chest Komm mal hoch Dann warte ich jetzt hier oben Ich bin auf dem Weg So Was wollte ich noch machen? Also was muss ich jetzt machen dass die Falle aktiv wird? Nix Noch nix Ha Ihr kriegt mich nie Pfeil von hinten tot Wir sollten da echt so ne Dropper nach unten Nach oben Leiterung machen Die will ich ja durch den Turm laufen lassen Ja ja Das fällt sonst nicht auf Ja der Turm wird ziemlich breit also da ist genug Platz für eine hoch und eine runter Runter kannst du durch einfach runterfallen machen Ja ja dann unten einfach nur noch n Dings Dropper Ähm Dings Booms da Ja ähm Moment warte 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 bleibt im Inventar drin So Ist die Behutsamkeit hinter dir Von Jetzt hast du schon elf gesammelt Ah ok Äh Soll ich kaputt machen oder willst du? Ich will Hier Geh mal hier hinten hin wo viel Fläche ist Soll ich einsammeln oder? Nein Das mach ich Achso ok Ah Du gehst dahin Alles klar So Federn Dann bin ich mal oben Ich hoffe die halt hält lange rum Und ist das schon ein Glück Ja jetzt ist Glück drei passt Da baue ich mich mal maximal Höhe runter Mach das Nein Die Blöcke spawnen gar nicht nach bei mir Stehst bei mir in der Luft Geil Du stehst bei mir in der Luft Ähm Teilweise Dann ist zwischendrin erstmal nichts auf einmal Und dann fängt es auf einmal wieder an Warte ich mach ein Skeetshot Wusstest du dass es außerdem Ähm Möglich ist Ähm Mit einer zu starken Effizienz Spitzhacke Sich so schnell nach unten zu bauen Dass du Fallschaden kriegen kannst Ja Nice Ja Krass Das ist bescheuert Also ich muss sagen Von jetzt sieht die Welt aus Als wäre das sozusagen eine Luftwelt Die einfach so ab einer bestimmten Stelle einfach abgeschnitten ist Und darunter ist einfach nichts Achso siehst du außenrum nichts oder Ich seh nur noch die Achso nur die Insel In den Höhen gelegenen Sachen Sieht aus wie Insel Und jetzt gleich seh ich nur noch die Insel Jetzt seh ich noch grad meine Festung Jetzt gleich Ist sie weg Jetzt seh ich Och bin Maximalhöhe Geil Da baue ich mich mal einmal nach unten Das ist Nummer 1 Moment So wie weit baue ich denn das jetzt rüber Machen wir mal so So wir müssen da eindeutig noch Effizienz drauf packen Auf die Picke ey Ja echt ne Ich hab noch ein Effizienzbuch Ähm Dabei Ich kann ja mal gleich mal schauen Ob ich es enchanten kann Drauf packen kann Wäre halt praktisch Weil es braucht echt zu lang So ich bin jetzt schon Level 15 von eben 3 Und das war Turm 1 Quarz ne Turm 1 Quarz Von Rate 4 oder 5 ja 5 Ne insgesamt immer 1,5 1 Ja wenn du Level 30 bist Wenn du Level 30 bist Ähm Dann äh Gibst du sie einfach mir Aber wir müssen gucken Warte ich hatte noch Ich glaube ich hatte noch mal ne Ne Effizienz und Haltbarkeitspicke Warte mal ich geh mal kurz gucken Oder hattest du die? Ich hab ne Effizienzpicke Aber die ist fast kaputt Effizienz und Haltbarkeit hab ich Ich hab noch Verzauberungsbücher Äh welches Level bist du? Hab ich mir mal 3 Stipets gehabt Von den anderen Besser sie haben es mir erlaubt Ich geb dir mal kurz die Effizienz und Haltbarkeit Picke Da Und guck mal wie viel es kostet Wenn du die ja verzaubern würdest Die zusammenkleben würdest Beim Amboss Erstmal guck ich beim Amboss Ob ich die Effizienz drauf packen kann Die ich schon ohnehin hab Ja Geht nicht Zu teuer? Nein ich kann einfach die Effizienz nicht drauf vereinzeln Zu teuer erstmal Problem ist auch Die ist fast kaputt Die Gürkenspitzhack ist fast kaputt? Ja Ja die hält noch ein bisschen was Also die hat eh Effizienz 5 drauf 5? Ja Da fehlt nur die Haltbarkeit Achso stimmt ja Ja ist halt Pech gehabt wa? Naja Ich baue jetzt einfach meine restlichen Türme Und hoffe drauf dass die Spitzhacken lang genug hält Ich habe jetzt noch die Haltbarkeit Theoretischen als Reserve Jetzt käme Peppy Peppy ist in TS Online gekommen Er soll hier gar nicht in Aufnahmechannel reingehen Ja wir sind ausnahmsweise sogar im Aufnahmechannel Yo Also ich schätze mal so auf level 35 35 drüber Ja es war mal 35 als die Effizienz noch 4 war Wenn nicht wir müssten Haltbarkeitsbücher ähm Enchanten Also Halt ich glaube Moment Halt ich nicht so eine Haltbarkeit Ich habe Effizienz und noch was in der Inner Chest Die musst du nachgucken Geh mal kurz gucken bei mir auch Ne Effizienz Ah ich habe hier noch 19 Bücher drin Boah es leckt bei mir Ja also anscheinend irgendjemand geht hier gerade irgendwie extrem farmen Ja Äh nicht farmen sondern umher Generieren Peppy ist wieder weg Kalle ist wieder weg Äh ist wieder da Ja Ich hoffe mal dass sie Na der Spitzhack hält das aus Sie ist wirklich heftig Ja wenn nicht mal meine neue Ja dann müssen wir auch schon wieder Glück verzaubern Okay wie viel Ich habe jetzt schon alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Quarz So mal gucken Vielleicht habe ich noch ein Haltbarkeitsbücher Leck Mann Das nervt voll Nein ich habe Schutzschärfe und Schärfe Boah diese Lecks Ich habe einmal zwischendrin auf einmal 20 Frames Weil hier irgendjemand Keine Ahnung was macht Hast du noch irgendwo einfach nur Ähm Frage Hast du noch irgendwo Bücher Einfach nur Bücher Ja habe ich Wo Boah klein mal Ich muss kurz was checken Weil nur Bücher Ich will mal einfach nur nachgucken Ob das überhaupt Funktionieren würde Was ich jetzt denke Das nicht funktionieren wird Noch genug speicherfrei Ich habe Minecraft komplett neu installiert Und einfach 4 GB zugewiesen Ne das ist halt Bei mir Bei mir leckt das irgendwie Wegen dem Wegen dem Wegen Weil die neu generieren Also ich sehe nix Ja hier Und zu Auf einmal dann so 20 Frames Wegen dem Scheiß Ne du hast keine Bücher Schade Doch ich habe Bücher Ja ich meine nur Normale Bücher Nicht verzaubern Ja ich habe normale Bücher Boah ne Ernsthaft Was soll denn der Scheiß Jetzt habe ich Acht Frames Ein Ich glaube ich gehe Zum PC Mal neu starten Bis gleich So Wieder da Back in the mind Yeah Gerade erst drauf gekommen Auf dem Server Leggy 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 Wann kann ich Jetzt endlich was machen 20 Frames Zeig der mir an Boah alter Ich kann jetzt halt Nur stehen bleiben Sonst falle ich runter Ich shifte schon Krass Immer noch zu teuer Was geht mit deinem Leben ab Oder ist es überhaupt Zu teuer Das zu machen Es ist zu teuer Das zu machen Unlogisch Like hell Ah ja Jan läuft unten Bei dir rum Weil er wahrscheinlich In deinem Pad gepennt hat Okay Sollen wir ihn töten Wenn er nochmal kommt Töte ich ihn ja Ja jetzt ist die Web Geladen Ja ich brauchte mega lang Um die Web Zu laden Ist ja auch nicht Gerade klein Was wir gebaut haben Boah Ich hasse diese Frame Drops Mann Ich kann kotzen Ich kann einfach kotzen Ah ja Johnny kommt Kommt er hoch? Ja für mich ist John Kill on side Mit meiner Hilfe Ja ich geh kurz In mein Zimmer nach Hause Und mach das Bettchen kaputt Mach ich schon Ja gut okay Ja ich bin eben Willst du mich verarschen? Okay Ah Boah Alter Was geht denn ab Hey Warte mal kurz Wollen wir mal nach checken Also ich hab mal beide Betten kaputt gemacht Ja Warte mal kurz klein Ich bin gleich wieder da Leute So Wieder da Ich hab die Frame Zahl kurz umgestellt Und hoffen mal Dass es besser wird Wenn nicht Meine Fresse Ey ich kurz mir ins Hemd Ja scheint jetzt einen Ticken besser zu sein Aber Also ich muss jetzt außerdem auch noch das Quarz verarbeiten Zu Quarzblücken Ich hab glaube ich Das war jetzt glaube ich die unproduktivste Boah diese scheiß Frame Drops Hey ernsthaft Da macht es keinen Bock zu spielen Leute ich bin gleich wieder da Kleinen Moment Und ich muss auch hier ein bisschen filmen